Der knapp 16 Milliarden Dollar schwere Stablecoin BOSD steht kurz vor dem Ende. Die SEC hat Paxos, dem Imitenten des Stablecoins, mit einer Klage gedroht. Daraufhin hat die NYDFS New York State Regulatoren ihre Lizenz für BOSD aufgehoben. Demnach können keine neuen BOSD mehr erstellt werden. Das kann natürlich verheerende Folgen für den gesamten Kryptomarkt haben. Was genau im Detail? Schauen wir uns im heutigen Video an. Denn es bestehen nicht nur Vorwürfe dahingehend, dass die BOSD nicht ausreichend gedeckt waren, sondern dass auch der Pump, den wir von 16.000 Dollar in Richtung 23.000 Dollar gesehen haben, durch nicht gedeckte BOSD künstlich geschaffen wurde. Und wir erleben aktuell einen Angriff der Regulierungsbehörden auf die gesamte Kryptolandschaft. All das in heutigen Folge Krypto-News. Falls du noch auf dem Kanal bist, hier gibt es alles rund um das Thema Kryptowährung, Makroökonomie und Wirtschaft. Ich würde sagen, let's do this. Ich bin wieder zurück. Mich hat es erwischt. Ich hatte Covid. Ich lag die letzten zwei Wochen flach. Dementsprechend deshalb kamen nicht so viele Videos. Aber jetzt kaum erholt stürzt oder scheint die gesamte Kryptolandschaft am Einstürzen. Denn die SEC, die amerikanische Aufsichtsbehörde, hat einen Crackdown auf Krypto gestartet. Insbesondere auf das Thema Staking. Jetzt das Thema Stablecoins und Binance speziell im Visier. Das schauen wir uns an. Denn der Stablecoin BOSD von Binance und Paxos hat jetzt den Aufsichtsbehörden nach sein Ende gefunden. Das kann verheerende Folgen für die gesamte Kryptolandschaft haben. Wir werden uns in diesem Video auch mit der Frage beschäftigen, welcher Stablecoin ist jetzt noch sicher. Und wir haben morgen die neuen Inflationsdaten. Wichtig hierbei ist, dass sie neu bemessen werden, was auch sehr negative Folgen auf die Makrowirtschaft und dementsprechend auch die Kryptomärkte haben kann. All das schauen wir uns an und am Ende gibt es meine persönliche Einschätzung, wie immer. Ich würde sagen, wir fangen aber in der Timeline ganz vorne an. SEC vs. Krypto. Die SEC ist die Aufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten hinsichtlich Wertpapieren. Und das Ganze ging Ende letzter Woche los. Da hat Brian Armstrong, der CEO von Coinbase, rausgetweetet, dass sie Gerüchte gehört haben, dass die SEC Staking in Amerika für Retail, für Kleinanleger, loswerden möchte. Und das unter dem Vorwand, dass es sich bei Staking um eine Dienstleistung handelt, die mit Wertpapieren zu tun hat, die nur bei Wertpapieren möglich ist. Und dass eben Regulierung bedarf, angemeldet werden muss, der Prozess, jeder weiß es. Es ist nicht nur ein Formular auf der Seite, das ausgefüllt werden muss, sondern Jahre teilweise im Kampf mit Aufsichtsbehörden, um diese Lizenzen zu bekommen, um das anbieten zu können. Am gleichen Tag, an dem Brian Armstrong von diesen Gerüchten getweetet hat, ist Folgendes passiert. Die Kryptobörse Kraken ansässig in Amerika, das ist der Grund, warum Kraken, die Börse sitzt in San Francisco in den Vereinigten Staaten, ist dort auch voll reguliert, musste plötzlich über Nacht eine Geldstrafe in Höhe von 30 Milliarden Dollar an die SEC zahlen, weil sie illegalerweise unregistriert Kryptostaking angeboten haben. Und sie mussten ihr Kryptostaking für Kunden in Amerika aufgeben. All das über Nacht. Wir haben zum einen den Coinbase-CEO, er auch, mit Coinbase reguliert und ansässig in Amerika, der sich darüber äußert, am selben Tag noch Kraken. Eine andere der größten Börsen in Amerika, die dann plötzlich mit direkten Konsequenzen rechnen musste. Daraufhin ist Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, in die Medien gegangen und hat das dahingehend begründet, dass sie sich ja nur um die Sicherheit der Anleger kümmern wollen und das Ganze nicht vollständig disclosed wurde und auch nicht vernünftig mit der SEC angemeldet wurde. Und da habe ich euch diesen Tweet hier rausgesucht von Jesse Powell, das ist der Gründer und CEO von Kraken, der selber gesagt hat, ich wünsche, ich hätte dieses Video, sprich diese Ansprache von Gary Gensler gesehen, bevor ich 30 Milliarden Dollar an Strafe zahlen musste und permanent die Staking-Services in Amerika deaktivieren musste. Ihr seht ein eindeutig ironischer Kommentar dahingehend, dass es eben nicht so einfach ist, dass die SEC aber so tut, als wäre es nicht ihre Schuld, sondern die Schuld der Kleinkinder im Kryptoraum, die sich nicht an die Regeln halten wollen, obwohl es im Umkehrschluss so ist, dass große, vor allem in Amerika regulierte Kryptobörsen wie Kraken oder Coinbase Teams von Anwälten haben, die sich versuchen, anhand der bestehenden Grundlagen an die Regeln zu halten. Die SEC sich aber weigert, neue Regeln vorzustellen, sondern sich auf ganz alte Maßstäbe beruft und dann einfach dahingehend twistet, biegt und bricht und dann rückwirkend plötzlich ihre eigenen Gedanken umsetzt. Wir haben auch in der gleichen Woche vermehrt auf Twitter Tweets wie diesen gesehen, wo beschrieben wird, dass die SEC, die NYDFS und die OCC auf eine Myrade von Durchsetzungsmaßnahmen abgezielt auf Kryptobörsen, Banken, die mit Kryptowährungen zusammenarbeiten und Kryptotoken abzielen. Und tatsächlich hat diese Annahme recht bewährt, denn wenn wir einen Tag später in die Nachrichten schauen, sehen wir, plötzlich hat die NYDFS, und hier nochmal zur Erklärung, die NYDFS ist die spezifische Regulierungsbehörde für New York. Eine Investigation gerichtet an den Stablecoin-Emitenten Paxos angefangen. Paxos ist ein Unternehmen, das in New York von der NYDFS reguliert ist und Paxos ist ein Unternehmen und das Unternehmen, was den Stablecoin BUSD, Binance USD, herausgibt, imitiert, als auch aber den PAX-Dollar, ihren eigenen Stablecoin und PAX-Gold, also eine Kryptowährung, die an Gold gepackt ist. Diese Ermittlungen haben letzte Woche angefangen. Diese Ermittlungen sind jetzt zu Ende mit dem Resultat, dass Binance USD von Paxos aufgegeben wurde, aufgrund der NYDFS. Und dazu kommen wir jetzt gleich als nächstes, um das jetzt nochmal kurz hier zusammenzufassen, was die SEC in der letzten Woche gemacht hat. Sie hat zum einen das Staking-Business von Kraken in Amerika komplett offline genommen und Kraken musste eine Geldstrafe zahlen. Zum anderen haben sie sich dahingehend geäußert, Staking insgesamt zu bannen. Außerdem, das ist auch passiert, Binance hat plötzlich US-Dollar-Transfers, also Ein- und Auszahlung des echten Dollars, des Fiat-Dollars, eingestellt. Vermutlich auch wegen Druck von US-Behörden. Die NYDFS hat angefangen, hinsichtlich PAXOS zu ermitteln und das Department of Justice hat angefangen, hinsichtlich Silvergate, der größten Kryptobank, die alle Krypto-Fiat-Transaktionen für die meisten größten Börsen abwickelt, hat auch plötzlich eine Investigation am Hals. Alles angekündigt in einer Woche. Jetzt aber zur PAXOS-Klage, denn das hat jetzt den Crash und das Ende vom BUSD, dem drittgrößten Stablecoin und damit aber auch Sorgen um alle anderen Stablecoins ausgelöst. PAXOS stand vor einer Anklage von der SEC hinsichtlich und wegen des BUSD, Binance-USD-Tokens. Dabei ging es primär darum, dass BUSD angeblich eine unregistrierte Security, also ein unregistriertes Wertpapier ist. Diese Nachrichten haben die gesamte Kryptowelt erschüttert, dahingehend, weil wenn Stablecoins plötzlich Wertpapiere sind, die Auflagen für Wertpapiere aber Kleinanlegern gar nicht diesen Transfer und diesen reibungslosen Austausch von Stablecoins ermöglichen können. Stablecoins plötzlich von den Regulierungsbehörden so totreguliert werden, dass sie unbrauchbar im Kryptospace sind. Und Stablecoins sind eben ein essentieller Faktor im Kryptospace. Die Annahme, dass aber BUSD ein Stablecoin ein Wertpapier ist, ist ungerechtfertigt. Das war auch der Aufschrei der Community dahingehend, denn BUSD hat dem Howey-Test, also dem Maßstab, den Amerika selber festlegt, für Wertpapiere nach nicht entsprochen. Dieser besteht aus vier Punkten. Zum einen, dass es ein Investment mit Geld ist. Zum zweiten, dass es in einem gemeinsamen Unternehmen stattfindet. Drittens, mit einer Erwartung von Profiten. Und viertens, diese Profiterwartung wird abgeleitet von Bemühungen von anderen, also Menschen in diesem Sinne. Dass es extra schwammig definiert ist, auch schon ewig alt, damit sie sich das Ganze eben biegen und brechen können, wie sie wollen. All diese vier Punkte müssen stimmen, damit etwas laut dem Supreme Court in Amerika juristisch gesehen als Security, also als Wertpapier oder Investmentvertrag angesehen werden kann. Bei einem Stablecoin hast du ganz klar keine Absicht auf Profite, weil der Stablecoin bei einem Dollar, beim gleichen Kurs, bei dem er vorher war, für immer bleiben soll. Das sind die Absichten. Das ist kein Wertpapier in dem Sinne, in das du investierst, was dann mit den Bemühungen von anderen dir Profite erwirtschaften kann und so ein Investment ist. Soweit bekannt, hat die SEC aber mit dieser Klage gedroht. Nicht tatsächlich ausgeführt. Meiner Meinung nach ist die Begründung der Klage sowieso absolut hinfällig. Selbst wenn man den Fakt mit einberechnet, dass der Howies-Test auf Investmentcontracts an sich definiert ist, Securities, also Wertpapiere, aber durch einen breit gefächerten Gesetzesakt, dem sogenannten 1933er Securities Act, definiert werden und dieser eben so viel Raum für Interpretation offen lässt, dass die SEC theoretisch damit machen könnte, was sie will. Die Klage wäre aber ein Präzedenzfall, der dem Kryptoraum ganz klar schaden würde, weil alle Stablecoins in Unsicherheit schweben würden. Zur Klage muss es aber gar nicht erst kommen, denn am selben Tag, wenige Stunden später, hat Paxos selber angekündigt, dass sie das Minten, also Erschaffen und Imitieren, von neuen BOSD-Token ab dem 21. Februar komplett einstellen werden. Dazu haben sie ein Statement veröffentlicht. Das bedeutet, dass es keine neuen BOSD mehr geben wird. Die bestehenden BOSD, wie sie auch in ihrem Statement gesagt haben, werden weiterhin mindestens ein Jahr lang in Echt-US-Dollar über Paxos umgetauscht werden. Dabei geht es aber um die BOSD-Tokens und nicht die sogenannten Binance-Packed-Tokens. Da können sich einige von euch, die meine letzten Videos in den letzten zwei Wochen gesehen haben, ganz klar daran erinnern, denn wir waren einer der wenigen Kanäle, die darüber gesprochen hat, während alle anderen das quasi als Verschwörung abgestempelt haben, dass da überhaupt irgendetwas passieren könnte mit den BOSD. Da mache ich gleich nochmal einen kleinen Recap BOSD, Binance-Pack-BOSD, was der Unterschied ist, was da problematisch ist. Das Interessante dabei ist, dass die NYDFS hier ganz klar es auf BOSD abgesehen hatte und nicht auf die anderen Produkte von Paxos. Das zum einen USDP, der von Paxos regulierte Digitale Dollar und Paxos Gold, denn die mussten nicht eingestellt werden. Ausschließlich BOSD wurde eingestellt. Wir haben auch gleichzeitig von der NYDFS ihre Notice, ihre Warnung quasi bekommen dahingehend, dass der Paxos herausgegebene BOSD ab jetzt nicht mehr weitergeführt wird. Und hier ist das Interessante, dass die NYDFS selber ganz klar auch von dem Unterschied zwischen Paxos BOSD und Binance-Pack-BOSD spricht. Da kommen wir auch nochmal zu einem kleinen Recap an dieser Stelle, was der Unterschied denn zwischen diesen beiden Kryptowährungen ist. Denn der Paxos ausgegebene BOSD befindet sich ausschließlich auf der Ethereum-Blockchain. Das sagt hier die NYDFS selber auch. Und die wurde und ausschließlich diese Kryptowährung wurde damals approved und ist nach Paxos gemäß gebackt, wie es hier auch angegeben ist von der NYDFS. Das Department hat aber den Binance-Pack-BOSD auf keiner Blockchain autorisiert. Und der Binance-Pack-BOSD, das macht sich auch nochmal ganz klar sichtbar, ist nicht von Paxos rausgegeben. Dass diese Regulierungsbehörde das nochmal in dieser Pressemitteilung, in dieser Warnung klar macht, zeigt uns eigentlich direkt, es geht nicht um Stablecoins an sich, es geht um BOSD. Und es geht auch vor allem um diese Binance-Pack-BOSD, denn die sind nicht von Paxos reguliert, aber das war scheinbar so nicht der breiten Masse ersichtlich. CZ, der CEO von Binance, hat sich auch direkt dazu geäußert. Er hat einen kleinen Thread geschrieben, in dem er sagt, dass die BOSD von Paxos ein- und ausgezahlt werden können, alle Funds sind sicher. Er sagt, dass sie darüber informiert wurden, dass das New York Department of Financial Services Paxos angewiesen hat, die Emissionen neuer BOSD einzustellen. Er bezieht sich aber wieder auf die BOSD, die von Paxos rausgegeben wurden. Als Resultat des Ganzen wird sich das Market Cap von BOSD ausschließlich verringern, weil eben keine neuen BOSD dazukommen. Das ist das Ende von BOSD dahingehend, weil das Market Cap von BOSD sich verringert, wenn du BOSD für Dollar umtauschst, aber es keinen Weg zurück gibt. Paxos wird weiterhin Auszahlungen ermöglichen. Er selber bezieht sich dann nochmal kurz auf den SEC Lawsuit, also um die potenzielle Klage, die ja für kurze Zeit im Raum stand, hat aber seinen Angaben nach keine Information darauf, bezieht sich aber auch auf den Tweet, den ich euch gerade gezeigt habe, dass BOSD und alle anderen Stablecoins keine unregistrierten Wertpapiere sein können. Das Interessante ist, dass er sich hier kein einziges Mal, obwohl wir ganz klar gesehen haben, der NYDFS geht es vor allem um den Binance Pack BOSD, das ist vermutlich der Grund und der Auslöser dafür, warum BOSD von Paxos eingestellt wurde, dass CC da kein einziges Mal drauf eingeht und auch nicht sagt, dass diese Binance Pack BOSD potenziell 1 zu 1 gebackt sind und ausgezahlt werden können. Also er versichert das jetzt hier nicht noch einmal, sondern er bezieht sich ganz klar ausschließlich auf diese Paxos BOSD. Was jetzt hier die Problematik und das Katastrophenpotenzial mitbringt zwischen Paxos BOSD und Binance Pack BOSD, worüber wir wie gesagt schon vor zwei Wochen im letzten Video gesprochen haben, erkläre ich euch jetzt noch einmal kurz, denn Red Flag, die erste rote Flagge, die wir gesehen haben, dass der Bitcoin Pump, den wir so von 16.000 auf 23.000 Dollar gesehen haben über die letzten Wochen, anhand der CVDs, der kumulierten Volumendeltas der verschiedenen Stablecoins, vor allem vorrangig durch BOSD ausgelöst wurde. Das heißt, BOSD wurde genutzt, um Bitcoins am Spotmarkt zu kaufen, also echte Bitcoins zu kaufen. Die haben dann Liquidationen und Short-Squeezes ausgelöst, was dann dazu geführt hat, dass der Bitcoin aufgestiegen ist. Das heißt, die Kaufnachfrage, die den Kurs nach oben bewegt hat, war vorrangig BOSD. Und das Besondere an der Situation war nicht nur, dass es vorrangig durch BOSD ist, sondern dass das Delta aller anderen Stablecoins negativ war. Das heißt, während Hunderte von Millionen Überschuss BOSD ausgegeben wurden, um Bitcoin zu kaufen, wurden Hunderte von Millionen aller anderen Stablecoins, die auch teilweise deutlich größer sind. Und BOSD ist dreifach, vierfach, fünffach so groß wie BOSD. 70 Milliarden Market Cap BOSD, 16 Milliarden Market Cap. Da fand aber in Bitcoin gesehen ausschließlich ein Abverkauf statt. Dass der Pump also durch BOSD ausgelöst wurde, ist ein Fakt, den Daten entsprechend. Die Frage, die wir uns damals auch schon gestellt haben und was hier die entscheidende Frage ist, ob diese Binance Pack BOSD, die es ja gibt, was Paxos ja auch so auf ihrer eigenen Seite sagt, die nicht von Paxos rausgegeben sind und nicht reguliert sind und ein separates Produkt sind, ob die wirklich eins zu eins gedeckt sind. Denn wenn diese nicht eins zu eins gedeckt sind, dann könnte der gesamte Pump und Kursausstieg, den wir bei Bitcoin gesehen haben, nicht echt sein, weil er eben nicht auf echter Nachfrage und echten Kunden, sondern aus der Luft gedrucktem Magic Internet Money bestehen würde und dann dementsprechend dem Einsturz verdammt wäre. Ich habe hier nochmal erklärt, warum Fake, denn die von Paxos ausgebenden BOSD sind eins zu eins gedeckt und vor der NYDFS reguliert. Der Binance Pack BOSD ist ein separater, unregulierter und von Binance erschaffter Coin, der laut Binance mit echten BOSD hinterlegt ist, in Vergangenheit aber bereits schon einmal nicht voll gedeckt war. Darüber haben wir auch schon im letzten Video gesprochen. Es gab Zeiten, in denen der BOSD aufgrund von Accounting Errors, also Buchhaltungsfehlern und Operational Delays, also Verzögerungen in ihren Operationen, teilweise nicht wirklich gebackt war. Die SEC stand vor einer Anklage gegen Paxos hinsichtlich den BOSD, hat dann aber diese Anklage gar nicht erst stellen müssen, weil die NYDFS Paxos aufgebaut hat, BOSD einzustellen und sie es getan haben. USDP, der andere Stablecoin von Paxos und Paxos Gold, laufen aber weiterhin ohne Probleme. Es geht also nicht um Stablecoins, sondern eindeutig um Binance. Wenn wir jetzt in die Reserven von Binance schauen, die bestehen nämlich zu 21,68% aus BOSD. Das ist eine gewaltige Menge. Die Gesamtmarktkapitalisierung von BOSD liegt bei 16 Milliarden und laut Binance sind 5,4 Milliarden dieser BOSD aktuell in Existenz. Binance-Pack-BOSD und keine echten Paxos-Pack-BOSD. Das sind knapp 30%. Das sind rote Flaggen, die wir hier haben aktuell. Ich habe dazu geschrieben, eine unglaublich hohe Menge, die wenn ungedeckt katastrophale Folgen für den Markt bedeuten würde. Das ist die große Frage. Sind diese Binance-Pack-BOSD wirklich gedeckt oder sind sie es nicht? Außerdem ein anderer Faktor, der besonders auffällig ist, ist, dass in der gleichen Zeit, in dem der Bitcoin-Kurs so angestiegen ist, ausgelöst durch BOSD, die Marktkapitalisierung von BOSD von 23 Milliarden auf unter 16 Milliarden gefallen ist. Wie fällt sie, indem BOSD in Dollar umgewandelt werden, aber nicht genug neue Dollar zurück in BOSD umgewandelt werden? Und da provokant die Frage dazu gestellt, wussten Insider potenziell vorher schon von dem Schicksal, dass BOSD bald ein Ende nimmt, und potenziell nicht vollständig gebackt ist. Das heißt, die Ersten, die das Boot verlassen, sind die, die überleben werden und haben versucht, ihre dementsprechend wertlosen Togens loszuwerden. Bitcoin zu kaufen, Ethereum zu kaufen oder den Kurs hochzubewegen, für mehr Volumen zu sorgen, um dann ihre BOSD aus dem Markt spülen zu können. Das sind jetzt eben die Fragen, die man sich stellt. Ich finde und ich glaube, Paxos hat eindeutig gemacht, seitdem Paxos besteht, dass es einen Unterschied zwischen BOSD und Binance-Pact-BOSD gibt. Wer das nicht wirklich deutlich gemacht hat, ist vor allem Binance. Auf Binance, wenn du BOSD eingezahlt hast oder BOSD getradet hast, gab es keinen Unterschied zwischen Binance-Pact und normalen BOSD. Und wenn wir uns, und das ist auch so ein Gedanke, der so auf Krypto-Twitter fungiert, einfach mal die Worte der NYDFS anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass sie sich auf Binance-Pact-BOSD vor allem beziehen. Meine Vermutung hierbei ist jetzt einfach, dass die Regulatoren zu Paxos gegangen sind und gesagt haben, hey, was ist da los? Wir haben euch die Erlaubnis für euren auf Ethereum basierten BOSD gegeben. Jetzt haben wir aber fast 30% Milliarden von Dollarn an Binance-Pact-BOSD, wo keiner drüber schaut, ob die wirklich gebackt sind oder nicht. Dann waren die teilweise in Vergangenheit nicht wirklich gebackt, wie Binance selber zugegeben hat. Das läuft hier ganz gewaltig falsch. Beendet alle eure Operationen sofort. Es gibt jetzt gar kein BOSD mehr. So kann ich mir vorstellen, ist das Ganze simpel gesagt gelaufen. Jetzt sind die Fragen, die man sich stellt und das habe ich hier auch nochmal drunter geschrieben. Was passiert jetzt mit BOSD? Wie groß wäre das Ausmaß eines Crashs, wenn die Binance-Pact-BOSD nicht gedeckt sind und welcher Stablecoin ist jetzt noch sicher? Ich würde sagen, fangen wir erstmal an. Was passiert jetzt mit den bestehenden BOSD? Und das können wir ganz klar sehen an der Marktkapitalisierung, denn die hatte bereits schon interessanterweise einen Trend in eine gewisse Richtung. Die werden jetzt langsam immer weniger und immer weniger. Idealerweise bis sie fast gar nicht mehr existieren, ohne dass es Probleme gibt. Die Probleme würden passieren, wenn plötzlich BOSD bestehen, aber Leute keine Dollar im Gegensatz kriegen. Dann würde der BOSD von einem Dollar Wert auf Null fallen und ganz, ganz viele Leute würden kein Geld mehr haben. Plus dadurch, dass es so einen großen Teil der Reserven von Binance ausmacht, könnte das die Börse Binance mit in den Abgrund ziehen. Aber das wäre Worst-Case-Szenario, wenn sie ungedeckt wäre, wenn sie gedeckt wäre, würden einfach die BOSD so lange runtergehen in der Marktkapitalisierung, bis sie nicht mehr existieren würden. Jeder würde sich auszahlen und der Stablecoin BOSD existiert nicht mehr. Die Marktkapitalisierung fließt in die anderen Stablecoins. USDT, USDC oder DAI. DAI ist nicht so groß und aktuell sehen wir schon einen Auftrend von USDT. Das heißt, um die erste Frage hier schon mal zu beantworten, ich glaube, was heißt ich glaube, es ist Fakt, BOSD ist vorbei. Ich denke nicht, dass BOSD jetzt nochmal neu angefangen wird. Ich denke nicht, dass es da ein anderes Unternehmen gibt, was reguliert ist, was BOSD nochmal berühren wird, vor allem nach dem, was jetzt hier passiert ist. Dadurch, dass BOSD jetzt immer illiquider wird und das Risiko potenziell bestehen kann, weil es keiner eben weiß, ob diese Binance-Pack-BOSD, die 30% des Bestandes ausmachen, wirklich gepackt sind, die ganzen Trading-Pays auf BOSD immer illiquider werden. Dementsprechend, falls ihr BOSD besitzt, ich würde sie umtauschen in USDC, USDT. Die nächste Frage ist, wie groß wäre das Ausmaß eines Crashes, wenn die Binance-Pack-BOSD nicht gedeckt sind und das ist ganz klar. Wenn 5 Milliarden Dollar an Binance-Pack-BOSD nicht gedeckt sind, ist das nicht nur der einzige Crash, der passieren kann. Die gesamte Kursbewegung, die wir in den letzten Wochen hatten, von 17.000 auf 23k, wäre Fake. Die würde einstürzen. Außerdem würde Binance in Gefahr geraten. Die größte Börse mit Milliarden an Funds, auch das würde den Bitcoin-Kurs runterziehen. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Black-Swan-Szenario, dass BOSD nicht wirklich gedeckt sind, auf jeden Fall den Kurs nochmal beim Bitcoin in die vorherigen Tiefs runterziehen könnte, sprich 16.000, 15.000 Dollar. Dazu komme ich aber am Ende zu meiner persönlichen Einschätzung von der Situation. Denn die entscheidende Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, wie sieht es denn mit den anderen Stablecoins aus? Welcher ist denn jetzt überhaupt noch sicher? Und da gibt es einmal unseren Liebling, den es ja schon immer gab, Tether, USDT, und einmal den Neuling, der aber viel Bekanntheit und Popularität gewonnen hat, USDC von Circle. Und ich habe schon einmal damals, als FTX runtergegangen ist, ein Video darüber gemacht, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Der Unterschied zwischen USDT und USDC ist folgender. Wenn wir ins Backing gehen, dann sehen wir nicht nur, dass USDT fast doppelt so groß wie USDC ist. USDT ist auf eine Marktkapitalisierung von 70 Milliarden, knapp angestiegen. USDC ist abgefallen seit FTX, weil FTX eben einer der größten USDC-supportenden Börsen war, auf 40 Milliarden Dollar. Plus, Binance hat ja alle USDC, die auf Binance eingezahlt wurden, eine Zeit lang in BUSD umgewandelt. Das können sie jetzt nicht mehr machen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch hier die Marktkapitalisierung von USDC ansteigen wird. Aber USDT ist zum einen doppelt so groß wie USDC. Die Reserven sind aber ganz klar unterschiedlich, denn USDT hat 82% ihrer Reserven in Cash und Cash-Äquivalenten, also hier Staatsanleihen oder Cash, Dinge, die tatsächlich immer liquide sind und auch keinen Wertverlust haben können, faktisch aber dann 18 übrig gebliebene Prozent in ganz anderen Investments wie Corporate Bonds, Precious Metals, also Edelmetalle, 8,73% in Loans, also Darlehen an Unternehmen und 4% in nicht disclosede Other Investments, including Digital Tokens, also Krypto-Investments. Das ist halt die Problematik in Anführungsstrichen mit Tether. Das sind zwar nur 18% und würde potenziell nur Tether in Probleme bringen, wenn die ganzen anderen 82% innerhalb von kürzester Zeit in einem Banklauf ausgezahlt werden. Aber USDC auf der anderen Seite, obwohl sie weniger haben, 41,5 Milliarden, bestehen zu 100% aus Cash-Reserven und kurz datierten US-Treasuries, also Staatsanleihen, dementsprechend zu 100% aus Cash, wo Tether zu 82% aus Cash besteht. Demnach könnte man nur diesen Daten entsprechend sagen, okay, USDC ist liquider in erster Sicht, aber man muss auch ganz klar sagen, Tether 70 Milliarden schwer, USDC 40 Milliarden. Das heißt, Tether hat mehr Cash, als USDC überhaupt existiert. Und der Grund, warum USDC auch einen Downtrend hat, wie ich es hier auch in dem Chart markiert habe, ist, dass vor allem USDC auch in Amerika reguliert ist von Circle. Und wenn jetzt die Sorge besteht, dass die SEC Stablecoins für Amerikaner nicht mehr erlauben möchte und Stablecoins angreift, die in Amerika sitzen, aber ihre Befugnis nicht ausreicht, um USDT beispielsweise anzugreifen, dementsprechend auch USDC in Gefahr schweben könnte. Und da muss man ganz klar sagen, USDC ist auf jeden Fall 100%ig 1 zu 1 gebackt. Das heißt, wenn die USDC besitzt, gehe ich persönlich ganz klar nicht davon aus, dass die jetzt plötzlich wertlos werden, sondern selbst wenn am Ende die SEC in zwei Tagen kommt und sagt, USDC muss jetzt genauso enden wie BOSD, dann wird man immer noch in der Lage sein, seine USDC in andere Stablecoins oder in Dollar für den fairen Gegenwert umzutauschen, denn da gibt es keine Binance-Packt-USDC oder Coinbase-Packt-USDC, da gibt es nur USDC. Das Risiko gibt es nicht, vorausgesetzt USDC und Circle würden ihre Bilanzen fälschen. Dieses Systemrisiko besteht immer, vor allem nachdem, was mit FTX passiert ist, aber es besteht genauso bei Teller und bei Teller gibt es genauso viele Vorwürfe. Nichtsdestotrotz, um auf der super sicheren Seite aktuell zu sein, meine Empfehlung oder mein Vorhaben, an dieser Stelle so verhalte ich mich, ich halte mich fern von US-regulierten Börsen und US-regulierten Produkten. Das heißt, ich persönlich, mein Stablecoin ist aktuell Tether, ich halte immer noch USDC, es ist nicht so, dass ich jetzt alles gepanik-selt habe, dafür sehe ich keinen Grund aktuell, aber ihr wisst ja auch, ich benutze nicht Coinbase, ich benutze nicht Kraken zum Traden, sondern ich benutze BitGet, die Börse BitGet hat auch nichts mit Amerika zu tun, dementsprechend nicht in der Befugnis, die Stablecoin Futures Pairs sind dort USDT Margin und USDC Margin, aber hauptsächlich USDT Margin. An dieser Stelle, falls ihr einen Kanal unterstützen wollt und eine super Börse fürs Traden finden wollt, wo ihr auch viel, viel Gebühren spart, mehr Gebührenersparnis habt, wie auf jeder anderen Plattform, nutzt gerne meinen Link in der Videobeschreibung, meldet euch bei BitGet an, ich habe auch ein sehr, sehr umfangreiches Tutorial zur Plattform hochgeladen, auf meinem Kanal, findet ihr in der Anleitung, Playlist und es ist nicht nur irgendeine Börse, vom Volumen her, in den Derivaten die fünftgrößte, weil Derivate ist eine Optionsbörse, fünftgrößte, global, bei Spot auch knapp unter den Top 10, auf Platz 13. Ich sehe immer wieder andere Börsen, die dann teilweise hier irgendwo auf Platz 40 sind, die dann von Influencern beworben werden, wo ich dann mir denke, hey, es ist eindeutig, es macht gar keinen Sinn, warum du diese Börse bewirbst, außer dass du von dieser Börse bezahlt wirst, denn seriöser ist eine Börse nicht, wenn sie noch weniger Volumen hat, beziehungsweise mehr Volumen hat, oder mehr Volumen angibt, aber in allen Trust Ratings ganz weit unten ist. Naja, wie auch immer, jedem das Seine, ich würde euch empfehlen, BitGeld, selbst wenn ihr sie nicht über meinen Link verwenden wollt, ist meiner Meinung nach aktuell die beste Börse, mit einsichtbarem und transparenten Proof of Reserves, schneller und guter liquider Ausführung, über meinen Link spart ihr 20% Gebühren, das heißt, ihr habt dann die geringsten Derivategebühren global, müsst ihr aber nicht machen, damit unterstützt ihr den Kanal, hier gibt es keine YouTube Werbung, nichts. Und ich habe aktuell im Februar einen kleinen Bonus laufen, jeder, der über BitGeld über meinen Link tradet, und mindestens 10 Trades im Februar gemacht hat, das heißt, die Plattform aktiv benutzt, qualifiziert sich für ein kleines Gewinnspiel von mir, ich gebe 1000 Dollar an 5 Leute, die aktiv über mich traden, egal wie viel Volumen, einfach nur aktive Personen, um das zurückzubelohnen, dass ihr diesen Kanal unterstützt, denn ein Teil der Gebühren, der sonst an die Börse fließen würde, fließt dann an mich. Win-win, ihr habt weniger Gebühren, ich kann ein bisschen Geld mit meinem Kanal verdienen, ohne dass ich Werbung aktivieren muss auf diesem Kanal, weil eine Kryptobörse, vor allem eine Top 5 Kryptobörse, die auch liquide und gut ist, ist etwas, was jeder von uns benutzt, der vor allem tradet, deshalb wollte ich euch da etwas zurückgeben, dementsprechend 5 Leute jeweils 1000 Dollar, die einfach nur aktiv auf der Plattform sind, egal wie viel Volumen, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu meiner persönlichen Einschätzung kommen, da angehend, wo ich den Kurs sehe und was ich glaube, was für ein Ausmaß das haben kann, noch ein kurzes Wort zur Inflation, denn morgen kommen die neuen CPI-Daten raus und was wir sehen können, wir hatten das letzte Mal, die monatliche Veränderung war negativ 0,1% und wir haben ein Video gemacht, wir haben darüber gesprochen, wenn das weiterhin fortwährend bei minus 0,1% bleibt, dann können wir innerhalb von wenigen Monaten nur noch eine Inflation von 2% sehen, aber jetzt hat der Forecast sich auf 0,5% monatliche Veränderung positiv plötzlich verändert, die ehrliche Veränderung ist zwar immer noch negativ, warum? Weil, wie ich es ja schon in meinem letzten Video erwähnt habe, die Bemessungsgrundlage der Inflationszahlen sich verändert hat und sie hat sich so verändert, weil eben verschiedene Güter anders jetzt gewichtet werden, das hat sich dahingehend so verändert, dass wir tatsächlich in den letzten zwei Monaten gar keine negative Monat-für-Monat-Veränderung hätten, sondern eine positive, dementsprechend etwas Negatives für uns, weil die Inflation dadurch zahlentechnisch potenziell nicht so schnell abfallen kann, wie sie vorher abgefallen wäre, was bedeutet, dass die FED mehr Spielraum für Zinserhöhungen hat und der Pivot noch weiter entfernt liegt. Ich werde darüber morgen nochmal in dem Video ausführlich sprechen und es ausführlich erklären, was das für Auswirkungen haben kann und Auswirkungen haben wird. 14.30 Uhr kommen die Zahlen, ich werde mein Video danach hochladen, dementsprechend schaltet ein und lasst ein Abo da, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt und ein Like würde mich auch freuen. Morgen das Video dazu. Ich würde sagen, kommen wir jetzt einfach zu meiner persönlichen Einschätzung, zu meiner persönlichen Kurseinschätzung, wo sehe ich den Bitcoin und da muss ich ganz klar sagen, wenn wir in unsere wichtigen Resistenz- und Support-Bereiche schauen, dann sehen wir, wir hatten diesen Pump ausgelöst durch BOSD, wir haben keine Continuation gesehen, wir haben jetzt die erste richtige Korrektur gesehen, das kann noch im Ausmaß einer Korrektur stattfinden, meiner Meinung nach, sofern wir nicht unter das Bullmarket-Support-Band ausbrechen und hier auf Resistance stoßen, sprich, wenn wir hier idealerweise einen Bounce in den 20.800-Dollar-Bereichen sehen, dann hier nach oben kommen und hier nach einem Retest vom 200er Moving Average, 200er Weekly Moving Average, unserem Bullmarket-Indikator, schlecht Weg, Confirmation kriegen, dann kann es nochmal deutlich, deutlich höher für den Kryptomarkt gehen, vorausgesetzt, die Inflationsnarrative spielt mit. Das wäre hier entscheidend, dass die Inflation abfällt und nicht plötzlich wieder ansteigt, die FED, dementsprechend auch ihre Zinspolitik lockert, dann kann der Bitcoin locker nochmal höher steigen. Wenn wir jetzt aber direkt hier runterbrechen und hier unten dann auch vom Bullmarket-Support-Band in diesen 20, 19.000er-Bereichen rejected werden, plus dann noch mehr Black Swan Events, wie beispielsweise BOSD ist nicht gepackt, bekommen, dann gehen wir auf jeden Fall meiner Meinung nach nochmal runter in Richtung 17k und ich persönlich glaube, wenn dann noch schlechte und negative Inflationszahlen kommen, dann steht dem Ganzen nichts im Wege, als dass wir das Low von Bitcoin nochmal retesten und das hier nicht das Bottom gewesen war, sondern wir vielleicht sogar noch tiefer fallen können Richtung 12, 13k abhängig davon, wie die Inflationsdaten mitspielen. Angenommen, wir haben hier eben dieses Black Swan Event im Krypto-Bereich, Binance BOSD nicht gepackt, 5 Milliarden Dollar Verkaufsdruck, Binance größte Börse unter Druck, SEC setzt weiter einen drauf, Coinbase hinterher und nervt die, dann kann das Szenario, wenn wir zusätzlich noch negative Inflationszahlen haben, mehr als realistisch sein. Was ich aber persönlich als auch ein sehr, sehr realistisches Szenario sehe und das hat der Twitter-User Trader SC rausgetweetet, ein bekannter Trader. Er hat das Bild hier gepostet, in dem wir theoretisch 18k, 16k antesten würden, dann Richtung 34k hochlaufen würden und dann nochmal tiefer fallen würden, um das jetzt mal hier in unserem Chart darzustellen. Das würde dann dementsprechend so aussehen, wir fallen hier unter das Bullmarket Support Band, kriegen dann aber wieder Support, haben dann einen schnellen Anstieg mit ein paar Retests hier in diesem 20k Bereich und dann Richtung, und brechen dann Richtung 32.000 Dollar aus, verharren dann hier, haben dann erfolglose Retest Distribution und dann den Crash, aber nicht nur runter Richtung 16k, sondern runter Richtung 12, 13k. Er hat dazu geschrieben, this would screw both sides, warum würde das beide Seiten verärgern? Weil du zum einen eben die ganzen Leute, die hier Short einsteigen würden, weil wir das Bullmarket Support Band nicht mehr halten konnten, dann mit Long Liquidation rauskriegen würdest, ihr dann wieder die Shorts rauskriegen würdest, dann hier alle möglichen Personen, die plötzlich bei 32k bullish werden und hier Long Position öffnen, auch wieder rausshaken würdest und so ein Szenario würde dann potenziell, indem wir wieder unter das vorherige Law fallen, meiner Meinung nach dann passieren, weil wir eben wieder neue erhöhte Inflationszahlen, vielleicht eine erhöhte Inflationswelle haben, sprich, wenn wir jetzt davon ausgehen, Inflation fällt weiter, fällt weiter, fällt weiter auf 2%, Bitcoin-Kurs steigt, alles läuft gut, dann plötzlich tickt die Inflation höher und wir kriegen Black Swan, dann kann es ganz, ganz klar sein, dass wir Richtung 12k gehen. Das ist meine Einschätzung zu dem Ganzen, wichtig sind vor allem also morgen die Inflationsdaten, dann kann ich euch noch mal eine bessere Einschätzung geben. Aktuell sehe ich keinen Grund dafür, dass wir nicht weiter fallen sollten, denn die Inflationsdaten könnten schlechter sein, als wir aktuell erwarten, vor allem, weil die Messungsgrundlage geändert wurde, das heißt, ich würde jetzt Augen vor allem auf 20.700 Dollar und einen Retest von 20.400 und 19.200 Dollar haben, diese Bereiche sind wichtig und 23.300 Dollar, falls wir noch mal nach oben steigen, dass wir hier nicht rejected werden. Das war es von der heutigen Folge CryptoNews, ich hoffe es hat euch gefallen, ich bin noch nicht ganz erholt, deswegen war das Video vielleicht auch ein bisschen langsamer als sonst, aber ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal wieder da, morgen Inflationszahlen, schaltet gerne ein, das war es, wir sehen uns, Peace. Bis zum nächsten Mal.